Ich bin elektrisch! Oh, was? Ich bin welch, ciao! Wo ist er? Oh Gott! Alter! Wie schnell war der bitte? Alter, der beleuchtet mich hier total! Weil ich... Was? Alter, was? Tschüss! Was ist das? Das ist... Ich nehme alles zurück! Das ist nicht so, 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 so leicht! Da kommen doch manchmal ab und zu... Hallo, bist Du noch verändern? Der ist abgeschmiert. Alter. Okay, der Gegner fällt jetzt einfach runter. Mir hätte er nicht runtergefallen, wäre ich tot gewesen. 100 pro, der hätte mich zermatscht noch. Alter, ich bin gerade kurz vor meinem vierten Tod entronnen. Okay, es gibt doch noch heftige Dudes hier. Aber es ist trotzdem leichter als Dark Souls. Ich habe Dark Souls 2 angefangen, deswegen weiß ich, dass das auf jeden Fall dagegen ein Spaziergang ist. Alter. Wenn ich noch so einen sehe, renne ich. Aber das ist kein Blitz-Dude. Alter, der hat sich aufgeladen die ganze Zeit. Das mit den Backsteps muss ich auch noch lernen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das Spiel. Wer Animes und Dark Souls mag, der macht nichts falsch. Das ist, könnte man auch sagen, Dark Souls für Einsteiger. Ich glaube, das ist der beste Begriff dafür. Dark Souls für Einsteiger. D Das war's für heute. Nein, da gehe ich wieder zurück. Da war ich auch schon. Okay, hier war ich noch nicht. Boah, wenn es diese Markierung nicht geben würde, wo man überall schon lange laufen ist. Oh, Adlerschlüssel? Oh, hey, da sind wir nebenan. Oh, ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Woher ist dein弟? Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. So, ich will da nicht. Ein Spaziergang? Naja. Es gibt bestimmt den ein oder anderen Gegner, der mich wieder verzweifeln lässt. Noch ist es, wie gesagt, einfach. Man kann es sich auch schwer machen, indem man seinen NPC hier einfach mal weg macht. So. 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 Soll ich es jetzt riskieren, weiterzulaufen? Sah hier. Ich hab Angst, dass da nen Bosskampf kommt. Deswegen suche ich noch was anderes. Und zwar ne Karte. Äh, also das Karte. Äh. Hier. Naja, das ist, das ist doch ne Boss Areal. Kannst, könnt ihr mich weismachen. Danke nochmal für die Bits, Katoka! Okay, hier ist nichts. Ah, gut. Kein Bossfight. Ach, nö. Wow, was? Alter. Ernsthaft? Ernsthaft. Dann tratar ich, Lopz. Lostock, nah, wirst du nicht? Ah, ja, ich werde. Hier ist ja. Ich werde, wenn ich alles für dich eins brauche. Ich werde, dass ich meine Beleidung zuf ai. Mein Schwenkhaus ist. Das hat es so gut. Wie du mir soll ich dir? Oh nein, nicht so'n fetter, nicht so'n fetter. Alter, Aua. Losbedeckter Schlüssel. Ah, da ist der Assassinenüberrest, ah. Ah. Alter, der ist nicht, der, fall doch runter! Alter, diese Kugeln! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ah, dieser Sumpf! Oh nein! Oh nein! Stärkt Unterstützungstalente. Ich brauch aber gar nichts, was Unterstützungstalente... Aber sieht schon geil aus! Ich glaub' ich will irgendwann das, was einfach geiler aussieht. Scheiße auf die Werte, Hauptsache gut aussehen! Alles klar, Kadoka, dir dann auch einen wunderschönen Abend noch! Ah, vielleicht bist du ja nachher beim Borderlands wieder am Start, wer weiß! Das ist leider nur witzig, da auch nicht spoilern lassen! Und danke, dass du da warst! Oh Gott! Ja, schmeiß ihn runter! Ja, aber fall nicht selbst! Königin Stahl! 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 Nicht Eisen! Da muss doch hier jetzt gerade einer sein! Nee, es kann doch nicht sein, dass hier... Es war doch so klar! Ah... Oh, 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 oh. Was? Man kriegt mittlerweile auch so viele Punkte für die Gegner. Boah, das ist mir so löchrig hier. Wie willst du verarschen, Junge? So, und schnell wieder raus hier. Alter. Heimlich, danke. Ich bin hier nicht gerne. Und da ist schon wieder so ein fetter, oh Gott, der bewacht doch wieder. Ähm. Oh Gott. Es wird Zeit, dass ich mal wieder an eine Station komme. Ich muss mal die Punkte ausgeben. Hanamokuro was? Das sieht auch cool aus. Wo ist das? Was ist das denn? Es ist nicht ganz so stark. Alter, wo ich überall war und ich hab noch nichts. Nee. Guck mal, was wir hier haben. Guck mal, was wir hier haben. Vielen Dank.